Also, ich habe bemerkt, dass viele Leute mein Gelaber irgendwie leiden können. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kommentieren die meisten immer, wow, deine Outtakes, die sind so toll und so. Also, ähm, ja, jetzt habe ich mir überlegt, wieso nicht so ein paar mehr so Videos machen, so wie ich jetzt in Ruhe gerade. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt überlegt, dass ich mal öfters so eine Vlogs mache. Ich habe zwar überhaupt noch keine Ahnung, was für Themen ich ansprechen werde oder kann oder was auch immer. Auf jeden Fall versuche ich solche Videos hier öfters auszubringen. Ich glaube, das werde ich auch öfter schaffen als mein Gesangszeug, weil labern kann ich jederzeit. Singen geht nicht immer, weil ich halt auch Text lernen muss, was irgendwie logisch ist. Ja, ich genehmige meine Kommentare, weil, ähm, zum Beispiel so, wenn man sich so das erste Video anguckt, da kamen Kommentare, da habe ich mir echt so gedacht, okay, komische Menschen gibt es auf dieser Welt. Aber, deswegen habe ich gemacht auf Genehmigen. Also, ich lasse auch diese Kommentare durch, die schreiben, die es schlecht finden und so. Bloß so eine ganz, ganz, ganz unnötigen Kommentare lasse ich einfach weg. Am besten, ihr schreibt mir einfach unter die Kommentare. Unter die Kommentare, unter die Kommentare, in die Kommentare. Am besten, ihr schreibt mir einfach in die Kommentare rein, was für Themen ich ansprechen soll. Ich schätze mal, ein Thema weiß ich jetzt schon. Aber, werde ich dann ja sehen. Aber vielleicht kommt doch ab und zu mal in mein Video ein paar andere Leute, so wie mein Bruder. Oh, da meine Schwester. Hallo, 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 hallo. Oh, da andere Menschen. Auf jeden Fall erwartet nicht von mir, dass ich so gut sein werde wie Miss Vlog oder Apple War oder was auch immer alles. Die sind einfach zu gut für diese Welt. Wundervoll, echt wundervoll. Ja. Und bis dennne. Ja. Und bis denn, bis denn, bis denn, bis denn, bis denn.